Dictum Stemmeisen Dictum Stemmeisen besitzen eine massive Zwinge, die sich selbst nach jahrelanger Griffabnutzung ohne Beschädigungen weiter auf den Griff auftreiben lässt. Im Normalfall müssen Sie bei einem Stemmeisen in diesem Zustand die Zwinge ganz entfernen, den Griff nachbearbeiten und versuchen, die Zwinge wieder aufzubringen. Für die meisten westlichen Stemmeisen-Zwingen wird dünnes Blech verwendet. Die Zwinge wird schon beim Entfernen irreparabel beschädigt. Bei Dictum Stemmeisen lässt sich nach Verschleiß des Griffholzes die Zwinge einfach weiter auf den Griff aufdrehen. Hierfür ist die Zwinge mit einem Innengewinde und der Griff mit einem Außengewinde versehen. Zum Nachdrehen der Zwinge wird das Stemmeisen in eine Bankzange oder einen Schraubstock eingespannt. Verwenden Sie eine Zulage, zum Beispiel aus Karton oder Weichholz, um das Eisen zu schützen. Der Rollgabelschlüssel wird an die angeschliffenen Sechskantflächen angesetzt. Die Zwinge wurde zum Anschrauben punktuell mit Schraubensicherung gegen ungewolltes Lösen durch Vibrationen gesichert. Um die Verklebung zu lösen, die Zwinge mehrmals versetzt angreifen und kurz Druck auf den Rollgabelschlüssel geben. Ist die Zwinge gelöst, kann sie weiter auf den Griff aufgedreht werden. Auch in diesem Fall den Schlüssel mehrmals versetzen, damit sich die Zwinge durch einseitigen Druck nicht verformt. Maximal lässt sich die Zwinge um ca. 8 mm weiter auf den Griff aufdrehen, bevor sie an der Griffverdickung anliegt. In der Regel reichen jedoch 3-4 mm, damit die Zwinge wieder festsitzt. Der Vorgang kann also 2-3 mal wiederholt werden. Da sich die Zwinge beim Aufschrauben im Holz verbeißt und sich durch die Abnutzung direkt hinter der Zwinge ein Grat gebildet hat, ist ein erneutes punktuelles Ankleben der Zwinge gegen Vibrationen nicht nötig. Hier zum Vergleich ein abgenutztes Diktumstemmeisen vor und nach dem Auftreiben der Zwinge. Die Zwinge sitzt nun wieder fest. Das Diktumstemmeisen ist wieder einsatzbereit. Untertitelung des Zwingeim